Hallo liebe Freunde vom DT, liebe potenzielle Zuschauer, am Samstag läuft wieder oft drin geblieben, ein Stream von Wojciech, Interrupted. Und dazu möchte ich herzlich einladen. Vor allem deswegen, weil direkt im Anschluss noch ein Nachgespräch mit dem Regisseur, der Dramaturgin und uns beiden Darstellern übertragen wird, bleibt einfach sozusagen auf drin geblieben und dann wird das direkt angeschlossen und dann müsst ihr euch eigentlich um nichts weiter kümmern und es wird hammergeil bestimmt. Und als kleinen Appetizer lese ich jetzt noch eine kleine Stelle aus dem original Büchner Text, die es selber nicht reingeschafft hat, in unsere Prime Version. Also erstmal meine Erzählerstimme. Kommt ihr kleinen Kram, es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot und es ist hingangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte es in den Himmel gehen und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war es ein Stück Faulholz. Und da ist es zu Sonnengang und wie es zu Sonnen kam, war es ein verwelkt Sonnenblumen. Spritzig. War es ein verwelkt Sonnenblumen und wie es zu den Sternen kam, waren es kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlingen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollte, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat es sich hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein. Woizek erscheint. Marie. So. Ja. Wer ist am Samstag am Start? 20 Uhr? Hm? Heiter están bellen. Ja. G